Wir haben hier noch einen ganz einfachen Bewegungsablauf angesichts von außen. Sie hatten ja vorhin die Ohrfeige. Sehr schöne Hand, sehr schöne Hand, bitte. Grundpositionen, Seite, Hüfte kontrollieren, Hals kontrollieren, alle Möglichkeiten, die wir schon durchgegangen sind. Wir haben, ohne ihn zu stoppen hier, vor dem Handgelenkschlag und zur Schwäfe aufbauen, hier, zum Beispiel Schwertwurf und positionieren oder was euch immer einfällt, hier, bei der Falle in die Bauchmaage oder, 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 oder. Aufgebaut wird das Ding sofort, über die ersten Schultern, hier, Armstrecke über die Schultern, hier auch, hier dreht der ein und ich bin in der Schwertwurf, wo ich dann kann das nicht mehr wieder dabei sein, Nummer 1, ich probiere es mal bis dahin aus. Vielen Dank.